Herzlich Willkommen zu einem neuen Music Video. Wenn sich jetzt viele Leute fragen warum schon wieder ein neues, ich sag's euch, ich hab einfach Bock zu spielen. Heute mit einem ganz besonderen und schönen Lied meiner Meinung nach und zwar viele kennen den Sänger Klaus Meine. Die, die Klaus Meine nicht kennen, ich kenne auch nicht, hat mir noch keine ausgegeben, aber er macht sehr gute Musik Und zwar ist er der Liedsänger und Songwriter von den Scorpions. Wind of Change kommt jetzt von mir. Viel Spaß beim Zuhören. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020